Willkommen zum dritten Teil der Baltic Reihe. Wieder mal in Rügen unterwegs. Ja, sieht man ja im Hintergrund. Machen wir Licht. Erstmal in Silbrau-Reihe. Wie beim letzten Bier, Flaschenreifung, Baltic Triple, 9,5%. Inselbrauerei, 5 World's Best Bier. Also wird wohl die Inselbrauerei da fünfmal das beste Bier laut Londoner World Beer Award. Fünfmal, ja? Äh, Komitee gewonnen haben. Schaut mal die bestochen haben, oder was? Wir werden sehen. Oh, das wird ja noch schlimmer. Prognose? Schlimm. Blech auspacken oder wegpacken? Wegpacken. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mit einem Mönchsofen. Nein, nein. Wir testen natürlich alle vier Folgen. Brauchwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Natur, Hopfen, Hefe, Gewürz. Schon mal kein Deutsch-Dreiheiß hier braucht? Ja. Augensucht oder Augensucht? KKP1. Ja, sag mal. Der graue Batman. Der graue Batman. Schmied. Schmied dir deine Popels wieder rein. Also, Jens, du kannst gerne... Ich gönne es dir. Nein. Ich gönne es dir. Doch, wirklich. Wir müssen ja trotzdem gucken, wie es aussieht am Glas. Mit dir hörst du in deinem Protokoll dazu. Ja gut. Du kannst dir auch gerne wieder so viel eingießen wie das letzte Mal. Ja, alles klar. Ja. Hm. 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 Trüb. Der Schaum steht. Ja, was da draufsteht, ne? Würzig, fruchtig, weinartig, abartig. Äh, äh, ähm. Fünfmal wohl's Best-Bier-London. Kann ja gar nicht schlecht sein. Alter, komm, hau ab. Ich kann den nicht schmack nicht, den geht nicht. Das ist echt krass, wa? Also, das ist noch schlimmer. Das ist wirklich noch schlimmer. Boah, ich bin echt voll... Ich kann nicht mehr. Also, das ist überhaupt nicht mein Geschmack, ne? Also... Boah, Alter, ne. Oh, gut. Okay. Sieben, neun, zehn. Blech. Herzlichen Glückwunsch. Solch... Ich kann schon nicht mehr sprechen, Alter. Das macht die Tunkelzaub. Die... Ich bin fertig. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja. Wie ich, äh... Wie im letzten Video schon gesagt... Ja. Leute, die, äh... Zum Wohl... Hier und so auf diesem Kanal verfolgen. Und, äh... Das, was wir... Was uns nicht schmeckt, denen schmeckt, dann bitteschön, äh... Greift auch hier zu. Das sieht so gut aus, wa? Alles. Ja, aber... Ja, aber... Ja, das ist auch eigentlich kein Bier, ne? Das ist halt... Das ist so... Hast du da halt vorgelesen an Zutaten? Ja... Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe, Gewürz, Zucker vollständig vergoren, in... Ja, ja. Okay. Aber das ist wirklich das, was... Was die, äh... Da hinten mit diesem Weinhaltigen... Also dieses Weinmäßig und so... Und so... Sagen, ne? Das ist... Ja, ey... Ja, tut mir leid. Ey, entweder trinke ich Bier oder Wein, ja? Ja, ey... Das ist... Pfff, diese Ales-Zeug, was trinkt man danach? Als nächstes. Ich trau mal nicht. Vielleicht ist ja ein Pilz drin. Ich hab schon geguckt. Ja? Mhm. Der Wolf. Das ist nöss. Baltic Double, oder was steht das? Baltic Double. Wie viel Volt hat das? 8,5. Also abonniert den Kanal, verpasst halt dieses Video auch nicht. Rico freut sich schon drauf. Mhm. Ich bin da jetzt halt der Meinung. Ich bin echt begeistert. Ich bin echt begeistert. Bis demnächst. Haut rein. Bleib fein. Haut rein, bleib fein. So soll es sein. Isf— Oder muss ich nicht verabschieden? Das ist bestimmt weird. figuren... Es istinent.